Wie war es denn die Bachelorarbeit zu schreiben? Ich muss sagen, ich hatte eigentlich mein ganzes Bachelorstudium hindurch. Einen gewissen Respekt vor dem Verfassen der Bachelorarbeit. Ich habe immer wieder mit Leuten geredet, die ihr Bachelorseminar belegt haben und ich habe mir immer wieder gedacht, wow, also Hut ab, dass ihr das macht, viel Glück dabei. Ich habe immer großen Respekt davor gehabt, bis ich dann selbst in einem Bachelorseminar stand und für mich festgestellt habe, dass es eigentlich nicht so anders ist als ein Pro-Seminar, nur mit mehr Aufwand. Die Texte waren länger und die Arbeit war länger, die ich am Ende schreiben musste. Aber ich hatte das große Glück, eine Professorin gehabt zu haben, die fordernd war, aber die mich unterstützt hat, die mir ein gutes Feedback, also ein hilfreiches Feedback gegeben hat, was mein Exposé anging und später auch die Arbeit. Ich habe mich unterstützt gefühlt dabei und mir hat es im Endeffekt großen Spaß gemacht, die Bachelorarbeiten zu schreiben. Gerade die zweite Bachelorarbeit war für mich ein Herzensprojekt eigentlich, weil mir das Thema so gut gefallen hat. Ja. Die Bachelorarbeit ist irgendwie etwas Besonderes, weil sie mit vielen Erwartungen verbunden ist. Man denkt sich, jetzt habe ich drei Jahre studiert und möchte alles, was ich gelernt habe, in diese eine Arbeit packen und die großen Fragen beantworten und man macht sich dann auch selber viel Druck dabei. Aber im Endeffekt ist es eigentlich eine Arbeit wie jede andere auch. Man hat viel gelernt vorher, man ist eigentlich gut vorbereitet, man wird gut betreut und dementsprechend ist die Bachelorarbeit zwar vielleicht etwas länger und man macht sich selber etwas mehr Druck, aber es ist im Endeffekt eine Arbeit wie jede andere auch. Bei der deutschen Philologie schreibt man eher zwei Bachelorarbeiten und die waren dann eigentlich schon ganz angenehm zu schreiben, weil wir so viel Übung hatten über die Pro-Seminararbeiten, also die Bachelorarbeit. Es war mühsam, weil es natürlich deutlich mehr war, aber auf der anderen Seite war es auch richtig schön, einmal ein Thema so lang verfolgen und intensiv verfolgen zu können und sich einer Fragestellung richtig widmen und die dann auch eigentlich zu einem Ende zu kommen, weil in der Vergangenheit bei den Pro-Seminararbeiten ist man aufgrund des Umfangs ja dann ein klein wenig eingeschränkt und kommt oft gar nicht so sehr zu dem Ergebnis, wo man es sich vielleicht wünschen würde. Also für mich war der Schreibprozess der Bachelorarbeit total angenehm, aber ich hatte auch das Glück, dass ich sehr gut beraten wurde in meinem Fall. Also der entsprechende betreuende Professor hat sich sehr viel Zeit genommen mit mir darüber zu reden, über das Thema zu reden und dazu kommt, dass mir eigentlich schon relativ lange im Vorhinein klar war, in welchem Gebiet grob ich die Bachelorarbeit schreiben möchte und es war dann im Endeffekt so, dass ich das Thema nur noch ein bisschen enger eingrenzen musste und der Schreibprozess selbst ist vergleichsweise gut gelaufen, was damit zusammenhängen könnte, dass ich sehr viel Zeit damit verbracht habe zu recherchieren davor, bevor ich mich tatsächlich ins Schreiben gestürzt habe und ich glaube, dass man grundsätzlich davon profitieren kann, wenn man sich diese Zeit davor nimmt und auch versucht ein bisschen früher zu beginnen. Dann passiert das tendenziell eher weniger, dass man dann wegen dem Stress ins Strudeln kommt und sich irgendwie verzettelt mit Formalitäten und das macht den ganzen Prozess eigentlich, denke ich, sehr viel entspannter. Ja, also die Bachelorarbeit Schreiben war eigentlich sehr aufregend, fand ich, weil es war irgendwie das erste Mal, dass ich eigenständig mir überlegen musste, ohne irgendwie die Literatur vorgegeben zu haben, was ich jetzt eigentlich wirklich schreiben möchte. Ich fand es jetzt nicht so unbedingt besonders schwer, das mag auch an unserer Fachrichtung liegen, wo wir halt schon sehr viel Seminararbeiten geschrieben haben, die vom Umfang her jetzt nicht unbedingt viel weniger waren als die Bachelorarbeit, also sie ist nicht so überraschend gekommen. Und ich bin irgendwie an das Ganze sehr selbstbewusst herangegangen, weil ich wirklich genau wusste, was ich irgendwie jetzt da machen möchte, hatte mir dementsprechend auch gesucht einen Lehrenden, wo ich mir erwartet habe, dass ich da jetzt relativ selbstständig arbeiten kann. Das mag für manche vielleicht ein Problem sein. Ich fand das gut, weil mir nicht viel reingeredet wurde. Ich konnte alles selber machen, aber dementsprechend hatte ich auch wenig Unterstützung durch den Lehrenden. Also da muss man, glaube ich, dann wissen, was für einen am besten ist. Für mich war das eigentlich sehr gut, eben machen zu können, was ich möchte, ohne irgendwie da jetzt großartig in eine Richtung gedrängt, möchte ich nicht sagen, aber halt in eine Richtung gestoßen zu werden. Das Erste, was mir einfällt, ist so, es war eine große Herausforderung. Also vor allem halt im Gegensatz zu dem, was man halt bisher im Bachelorstudium hat leisten müssen, sondern schriftlichen Arbeiten. Also von der Textsorte war es auf jeden Fall was ganz anderes, auch vom Umfang her. Und davor waren es mehr so Gruppenarbeiten im Bereich so Protokolle oder Berichte schreiben, aber keine Texte, wo man wirklich viel mit wissenschaftlicher Literatur jetzt arbeiten musste. Das war auf jeden Fall besonders schwierig, würde ich sagen. Ja, also die wissenschaftliche Literatur vor allem das erste Mal zu lesen, selbstständig, und zu verstehen. Das war voll schwierig. Ich weiß noch, das erste Paper, das ich habe lesen müssen für meine Bachelorarbeit, da bin ich länger als eine Woche oder so gesessen und habe das halt durchgeackert und habe gefühlt jedes dritte Wort nachschauen müssen, weil ich nicht wusste, was die von mir wollen. Ich habe das mehr so auf mich zukommen lassen. Ich habe eben begonnen mit dem ersten Paper, das ich so zum Einstieg bekommen habe von meinem Betreuer und habe das probiert eben durchzulesen. Aber das hat sich als relativ langwierige Aufgabe herausgestellt. Und dann bin ich halt abgedriftet zu, ich weiß nicht, YouTube-Wideos schauen, wie schreibt man eine gute erste Arbeit oder so, solche Sachen. Ja, und dann ging es natürlich halt irgendwann mal ran an die Arbeit. Und dann habe ich halt eher Literaturrecherche betrieben, aber nicht besonders effizient, würde ich sagen. Ich habe mir so Paper gesammelt, ohne sie wirklich zu bearbeiten. Und ja, bis es dann tatsächlich dann darum ging, eine Arbeit daraus zu schreiben. Aber es war vor allem, also für mich war es besonders schwierig, irgendwie eine realistische Timeline zu erstellen im Vorhinein, weil es halt irgendwie alles unbekannt war. Eben dieses Paper lesen und wissenschaftlich schreiben müssen. Und ja, auch irgendwie die eigene Arbeit, die man gemacht hat, richtig zu dokumentieren und dann halt in eine große, gute Arbeit zu verfassen. Ausdrucksweise voll schwierig. Irgendwie dieses wissenschaftliche Schreiben eben drauf zu haben, ohne dass man das ehmals gemacht hat. Was würden Sie Ihren Kolleginnen, die gerade mit ihrer Bachelorarbeit anfangen, empfehlen? Eben möglichst strukturiert vorzugehen, sich ein Thema zu überlegen, das wirklich einen interessiert und das auch zu besprechen mit einer Betreuerin oder mit einem Betreuer. Und auch viel zu recherchieren und einen guten Plan zurechtzulegen. Auch einen Zeitplan, der nicht nur beinhaltet, wann will ich fertig sein, sondern was für Schritte muss ich wann machen, um dann wirklich fertig zu sein zu dem Zeitpunkt. Wer mit der Bachelorarbeit beginnt, dem würde ich eigentlich empfehlen, von Anfang an ganz sauber zu arbeiten. Also sich genau die Zitierregeln anschauen, gleich zu Beginn beim allerersten Mal. Jedes Buch, was man heranzieht für Theorie oder andere Sachen, schön in der Bibliografie, genau wie es gehört, jedes Magazin. Ich würde sich diese Regeln anschauen, auch die Fußnoten, die Zitierregeln und alles vom Beginn an ganz korrekt schreiben. Weil im schlimmsten Fall hat man dann zwei, drei Sätze zu viel zitiert, die dann rausgelöscht werden am Ende, weil man sie einfach nicht braucht. Aber umgekehrt, wenn man versucht, irgendein Zitat oder irgendetwas dann wiederzufinden und das in den Fußnoten angeben soll, das ist so viel Arbeit. Also ich würde einfach von Anfang an das immer ganz, ganz korrekt machen, dann spart man sich wirklich viel. Und mein zweiter ganz großer Tipp wäre, ständig sich an die Fragestellung zu erinnern und die Fragestellung reflektieren. Was frage ich? Woran kann ich das erkenntlich machen? Wie komme ich dorthin? Weil was ich zum Beispiel bei meinen ersten Pro-Seminar-Arbeiten gemacht habe, war, dass ich mich vollkommen ins Blaue verschrieben habe und dann schon 30 Seiten gehabt habe, wovon ich mindestens zehn waren vollkommen unbedeutend für meine Fragestellung und die haben dann alle weg müssen. Wenn man schon weiß, dass man Time-Management-Probleme hat, dann sich da schon mal eine Strategie zu überlegen, wie man das umgehen kann. Also was mir jetzt einfallen würde, ist zum Beispiel mit dem eigenen Betreuer oder Betreuerin ein Step-by-Step eine Timeline irgendwie zu erstellen, wo man mehrere Deadlines hat, wo man vielleicht irgendwie Zwischenkapitel abgibt und solche Sachen. Bei mir war das so, okay, gib am Ende einfach alles ab und das passt dann. Was funktioniert hat, aber natürlich mit viel Stress verbunden ist, wenn man nicht organisiert ist. Sonst auf jeden Fall irgendwie sich eine Routine zu schaffen, also zu schauen, wo schreibe ich am besten? Zuhause oder auf der Uni oder im Park oder sonst irgendwas? Welche Bedingungen müssen wir vorstellen? Brauche ich es leise? Mag ich gerne Musik dazu oder mag ich lieber lange Schreibsitzungen oder eher kurze Intensive oder solche Sachen? Also das hat mir schon wirklich geholfen, quasi fixe Zeiten zum Beispiel am Tag zu haben, zu wissen, okay, nach zwei Stunden kann ich mir dann eine Pause gönnen, gehe ich raus, mache einen Spaziergang oder mache mir dann was zu essen. Also diese Routine. Mein Rat an Kolleginnen und Kollegen, die gerade mit der Bachelorarbeit beginnen, ist, dass sie, also zunächst mal, ich glaube, man tut sich selbst was Gutes, wenn man zeitgerecht beginnt. Eben, ich denke, dass eine Menge der Faktoren, die dazu führen können, dass man Stress bekommt, nämlich formale Hürden, natürlich Deadlines, abhängig vom Studium, das ist natürlich sehr verschieden, wie die einzelnen Studiengänge das handhaben, kann schon passieren, dass man da ein bisschen in den Strudeln gerät, wenn man zu spät beginnt. Ein weiterer sehr wichtiger Tipp ist, dass man einfach mit vielen Menschen darüber redet, was ein gutes Thema wäre. Einerseits entdeckt man dann Themen, die einen interessieren könnten. Andererseits lernt man auch, was andere Menschen für Hürden haben und wie sie damit umgegangen sind. Also das kann natürlich ich erzählen, wie es mir gegangen ist, aber es ist sehr wichtig, viele verschiedene Eindrücke zu sammeln. Und das tut man einerseits, indem man mit Menschen aus dem gleichen Jahrgang redet, aber auch mit Leuten, die das schon hinter sich hatten. Und ich glaube, das ist tatsächlich der wichtigste Tipp für das Erstellen der Bachelorarbeit in der frühen Phase. Und später dann ist es auch total hilfreich, mit Menschen darüber zu reden und vor allem auch zu präsentieren, Teile der Arbeit zu präsentieren. Und dann merkt man, wo noch gestraft werden muss, wo noch ein bisschen genauer argumentiert werden muss. Ja, ich glaube, das ist der wichtigste Tipp für die Bachelorarbeit.